Willkommen zurück bei Flirty Island. Wir sind mitten im Intim-Date von Jenny und Luca. Und der stellt jetzt die Mutter aller Fragen. Sehen wir, Alter. Willst du? Offiziell. Meine. Willst du? Das ist ein Fussel. Aktuell sind wir ja nur ein Couple, oder? Mhm. Willst du... Das ist lauter Fussel. Das war aber ein Fussel. Luca, gib nicht auf. Eines Tages klappt's. Willst du... Ey, ich fang jetzt noch einmal an, sonst bräht sie ab und fragt die gar nichts mehr. Okay, Frau. Jenny. Wir sind ja jetzt aktuell nur ein Couple, gell? Und ich hab die Zeit... Jetzt lass doch um mich mal reden, ey! Du unterbrichst mich immer. Ich hab schon fünfmal probiert, dich zu fragen. Aber du unterbrichst mich jedes Mal. Okay, red weiter. Okay, jetzt stopp, jetzt komm ich. Also, Jenny. Wir sind ja hier... Jetzt hör mal auf zum Trinken. Okay, warte. Ja, okay. Ich dachte nicht, du fangst schon wieder an. Komme ich überhaupt heute noch zu Wort? Wir sind ja jetzt seit der ersten Woche in Kappe. Und ich wollte dich fragen, ob du mein Girlfriend sein willst? Let's drink the water's right. Ja. Ja. Official, oder? Wie so süß. Also, es fühlt sich sehr schön an, dass wir jetzt in einer Beziehung sind. Und... Ja, ich hab gar nicht damit gerechnet, dass er mich heute fragen wird. Aber ich find's voll schön, dass du mich gefragt hast. Freue mich voll. Jenny ist glücklich, ich bin glücklich. Und ich freu mich auf die Reise mit ihr. Du bist so süß. Darf ich das mitbringen? Ja klar, das hab ich ja dir geschenkt. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. GlockeisiOS GlockeisiOS Bis zum nächsten Mal.